Right up until the day he died. I mean, there are just things that I've seen in books and I said this wasn't what I witnessed, this wasn't the person I loved. Elvis Presley, the King, war bekannt für seine überlebensgroße Persönlichkeit, seine bahnbrechende Musik und seinen Einfluss auf die Welt der Unterhaltung. Aber hinter dem Ruhm und der Ehre verbarg sich ein zutiefst persönliches Leben, von dem viele von uns nicht viel wussten. Und nun hat sich seine Verlobte in einer bombastischen Enthüllung endlich zu Wort gemeldet und einige wirklich schockierende Details über Elvis' Preis gegeben. Details, die der Öffentlichkeit so lange verborgen geblieben waren. Bleib bis zum Ende dran, um herauszufinden, was das ist. Bevor wir uns mit diesen überraschenden Enthüllungen befassen, möchte ich Sie fragen, was war Ihrer Meinung nach der mysteriöseste Teil in Elvis' Leben? Waren es seine Beziehungen, sein Kampf mit dem Ruhm oder etwas ganz anderes? Teilen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren unten mit. Und bleiben Sie dran, während wir die unerzählte Geschichte einer der ikonischsten Figuren der Musik aufdecken, eine Liebesgeschichte aus Memphis, die Anfänge von Ginger und Elvis. Als Ginger Alden in Memphis, Tennessee aufwuchs, war sie von der Legende von Elvis Presley umgeben. Das Zuhause ihrer Kindheit war erfüllt vom unaufhörlichen Klang der Lieder des Rock'n'Roll-Königs. Um den kulturellen Einfluss des Musikstars, der zu einem so wichtigen Teil von Memphis geworden war, vollständig zu verstehen, schaute sich der junge Ginger auch Elvis Presley-Filme im Fernsehen an. Ginger hatte keine Ahnung, dass Graceland und Elvis Presley, zwei Konstanten in ihrem Leben, irgendwann eine bedeutende Rolle in ihrer eigenen Erzählung spielen würden. Der Grundstein für diese Beziehung wurde schon früh gelegt, als Gingers Vater Elvis viele Male traf, als er als PR-Offizier der Armee in Memphis arbeitete. Sogar Bilder von Gingers Vater, der Elvis kurz nach seiner Einberufung zum Militär traf, befinden sich im Besitz der Familie Alden. Ginger war gerade fünf Jahre alt, als sich ihr Weg mit dem von Elvis kreuzte. Nach seinem Dienst in Deutschland besuchte Elvis die Familie Alden, als sie auf einem nahegelegenen Rummelplatz war. Er gab jedem Familienmitglied einen herzlichen Händedruck und streichelte der kleinen Ginger freundlich den Kopf. Jahre später sollte durch diese kurze Begegnung ein weitaus wichtigeres Treffen in Gang gesetzt werden. Was wäre, wenn Elvis Presley nicht so faszinierend wäre, wie sie vielleicht bisher geglaubt haben? Schließlich bricht seine Verlobte ihr Schweigen und enthüllt unglaubliche Informationen, die die Macht haben, ihre Wahrnehmung des Königs dauerhaft zu verändern. Sie werden nicht glauben, was sie bisher verborgen gehalten hat. Von unausgesprochenen Geheimnissen bis hin zu den dunkelsten Winkeln seiner Existenz. Die überraschendsten Entdeckungen bleiben bis zum Schluss vorbehalten. Also schalten sie ein. Am 19. November. 1916 und 70 führte das Schicksal den damals 20-jährigen Ginger zurück nach Graceland. Der Abend begann, als Gingers Schwester Terry, die derzeitige Miss Tennessee von George Klein, einem engen Freund von Elvis, zu einem Treffen mit dem König eingeladen wurde. Terry bat Ginger und ihre andere Schwester Rosemary mit ihr zu gehen, da es ihr unangenehm war, alleine zu reisen. Gingers Puls schlug vor Aufregung, als sie nach oben zu Lisas Schlafzimmer geführt wurden. Sie bemerkte Elvis' erstaunliche Schönheit, sobald er den Raum betrat. Ginger sagte, Ich erinnere mich nur daran, wie großartig er persönlich aussah, als er Lisas Schlafzimmer zum ersten Mal betrat. Da Elvis ihnen eine private Tour durch Graceland gab, war der Abend absolut schön. Dieser schicksalhafte Abend im November markierte den Beginn einer rasanten Entwicklung in der Beziehung zwischen Ginger und Elvis. Ginger spürte eine starke Anziehungskraft auf die facettenreiche Persönlichkeit von Elvis, obwohl die beiden sehr unterschiedlich alt waren, obwohl er sich gelegentlich reifer verhielt, als er tatsächlich war. Insbesondere, wenn er ihr vorlas und ihr etwas beibrachte, merkte sie, dass er manchmal wie ein kleines Kind spielte. Während Elvis im Dezember 1916 und 70 im Las Vegas Hilton verlobt war, wurde ihre stürmische Affäre noch intensiver. Ungefähr zu dieser Zeit machte Elvis deutlich, dass er sich eine Beziehung der Exklusivität wünschte. Ginger war eine junge Frau mit wenig bis gar keiner Erfahrung, als sie sich auf eine romantische Beziehung mit einem der berühmtesten Männer der Welt einließ. Am 26. Januar 1917 und 70, kaum zwei Monate nach ihrer ersten Begegnung in Graceland, verblüffte Elvis Ginger mit einem Vorschlag. Dies war ein bedeutsames Ereignis, da es den Beginn ihrer Beziehung markierte. In einem Moment, der unwirklich schien, ging Elvis auf seine Gefühle ein, indem er sagte, ich habe so lange nach Liebe gesucht und nicht einmal in meinen kühnsten Träumen hätte ich gedacht, dass ich sie in meinem eigenen Garten finden würde. Danach schenkte er Ginger einen Ring, den sie als den schönsten Ring bezeichnete, den sie je in ihrem Leben gesehen hatte. Ein entscheidender Wendepunkt in ihrer Beziehung wurde erreicht, als sie den Vorschlag annahm. Da Elvis unbedingt einen Termin für die Hochzeit auswählen wollte, erkundeten sie eine Reihe von Möglichkeiten, darunter Gingers Geburtstag im November, Elvis Geburtstag im Januar und Weihnachten. Am Ende entschieden sie sich für Weihnachten als Termin für die Hochzeit. Fans fragen sich schon seit geraumer Zeit nach den Geheimnissen, die Elvis Presley umgeben. Jetzt jedoch bringt sein Verlobter Fakten ans Licht, die das Potenzial haben, selbst die leidenschaftlichsten Fans zu schockieren. Die Wahrheiten, die sie so lange verborgen gehalten hat, werden nun ans Licht gebracht und sie zeichnen mit ihren Enthüllungen ein Bild von Elvis, das sowohl niederschmetternd als auch fesselnd ist. Gerade im Hinblick auf die bombastischen Informationen, die ganz am Ende preisgegeben werden, möchte man keine Sekunde verpassen. Lassen Sie uns das charakteristische Haus genauer untersuchen. Ja? Ein Blick in Elvis Presleys Leben in Graceland. Graceland. Das legendäre Anwesen, das Elvis Presley sein Zuhause nannte, war mehr als nur ein Wohnsitz des Rock'n'Roll-Königs. Es diente als sein eigener Zufluchtsort. Ein Ort, an dem er der prüfenden Aufmerksamkeit anderer entfliehen und nach Wunsch Momente der Abgeschiedenheit genießen konnte. Dr. Thomas Moore und seine Frau Ruth waren diejenigen, die es 1939 ursprünglich errichteten. Dieses im Kolonialstil erbaute Haus wurde nach Ruths Tante Grace benannt, der das Grundstück zuvor gehörte. Als Elvis Presley 22 Jahre alt war, gab er 19, 17 und 50, 100, 2.500 US-Dollar aus, um das Herrenhaus zu erwerben. Fast sofort begann Elvis, das Haus zu seinem eigenen zu machen, indem er seine persönlichen Details einbrachte und das Anwesen vergrößerte, um seinen Bedürfnissen gerecht zu werden. Nach dem Umbau des Herrenhauses entstand ein 14 Hektar großes Anwesen mit 23 Zimmern, darunter acht Schlafzimmern und vier Bädern. Da Elvis einer der beliebtesten Sänger der Welt war, veränderte sich Graceland im Laufe der Jahre, um seine Vorlieben, Hobbys und den extravaganten Lebensstil wiederzuspiegeln, den er aufgrund seines Erfolgs führte. Die zweite Ebene von Graceland ist für die breite Öffentlichkeit weiterhin ein Rätsel. Dieser Ort diente Elvis Presley als privater Zufluchtsort, ein Ort, an dem er leben und lieben konnte, ohne von anderen beobachtet zu werden. Elvis verbrachte längere Zeit oben, wenn er nicht auf Tour war und er verließ sein klimatisiertes Versteck, in dem die Temperatur auf 68 Grad gehalten wurde, nur selten. Das Personal erfüllte jeden erdenklichen Wunsch und brachte ihm jederzeit alles, was er verlangte. Einer der faszinierendsten Aspekte von Graceland ist die Tatsache, dass Elvis Presleys Schlafzimmer auf dem Grundstück seit seinem Tod nicht mehr verändert wurde. Obwohl sie immer noch sichtbar sind, sind die Laken, die jetzt auf dem Bett liegen, die allerletzten, in denen Elvis und Ginger seine Verlobte zusammengeschlafen haben. Die Interessen von Elvis gingen weit über den Bereich Musik und Unterhaltung hinaus. Er hatte ein tiefes Interesse an Spiritualität und Okkultismus, dem er durch lange Lesesitzungen und Gespräche mit sachkundigen Menschen nachging. Elvis Presley nahm diese Leidenschaft mit Begeisterung auf, die von Larry Geller gepflegt wurde. Der 1914 und 60 sein persönlicher Friseur wurde. Geller war maßgeblich an der Entwicklung dieser Faszination beteiligt. Weil sie so häufig und so ausführlich über diese Themen sprachen, bezeichnete Elvis Larry in ihren Gesprächen liebevoll als den Guru. Die vielen Räume von Graceland wurden häufig als Orte für diese Lesesitzungen und spirituellen Gespräche und Gespräche genutzt. Diese Personen, zu denen Bekannte, Angestellte und Vertraute gehörten, spielten eine wichtige Rolle im Alltag von Elvis und trugen zur Gestaltung des Umfelds von Graceland bei. Die Annahme, dass Elvis diese alten Freunde bei sich hatte, um ihn vor den Annäherungsversuchen der tatsächlichen Mafia zu schützen, insbesondere während seiner Jahre in Las Vegas, basiert auf der Tatsache, dass Elvis glaubte, seine Mafia sei seine Großfamilie. Nach den Worten eines Autors war die Verbindung zwischen Elvis und seinem Gefolge wie ein Fußballgedränge, das sich um einen verlorenen Ball versammelt. Graceland war ein Ort, an dem Spitznamen ein weit verbreiteter Bestandteil des Alltags waren. Es war bekannt, dass Elvis für praktisch jeden, der sich in seiner unmittelbaren Umgebung aufhielt, Spitznamen hatte. Auch wenn einige dieser Spitznamen weniger schmeichelhaft waren und oft hinter dem Rücken der Leute verwendet wurden, wurden sie häufig auf lustige oder freundliche Weise verwendet. Graceland war nicht nur ein Wohnort, sondern auch ein Zentrum der Aktivität. Einer der Orte, an denen Elvis und seine Freunde zusammenkamen, war das Esszimmer, dessen Boden aus schwarzem Marmor bestand. Interessanterweise befand sich unter dem Tisch ein Knopf, mit dem man die Küche anrufen konnte, um mehr Essen zu bestellen. Das Anwesen war die Heimat einer Vielzahl von Haustieren, darunter der Truthahn, ein Mühnervogel, der Sätze wie Elvis ist nicht hier zwitschern konnte. Elvis, tierliebende Natur, erstreckte sich auch auf exotischere Haustiere, mit von australischen Fans geschenkten Wallabies, die später dem Zoo von Memphis gespendet wurden und berichten zufolge hielt Elvis sogar Esel in seinem nierenförmigen Schwimmbecken, bevor es gefüllt war. Der Darsteller und der Mann, zwei Seiten von Elvis. Elvis Presley, der König des Rock'n'Roll, hatte zwei unterschiedliche Persönlichkeiten, den mitreißenden Künstler auf der Bühne und den bodenständigen Mann zu Hause. Auf der Bühne war Elvis eine Naturgewalt, die das Publikum mit seiner kraftvollen Stimme und charismatischen Präsenz in seinen Bann zog. Seine Auftritte wurden von den Zuschauern als absolut großartig und atemberaubend beschrieben. Elvis hatte die Fähigkeit, allen im Publikum das Gefühl zu geben, dass er direkt für sie singen würde und so eine innige Verbindung zu Tausenden von Fans gleichzeitig herzustellen. Zu Hause zeigte sich Elvis jedoch von einer anderen Seite. Er war für seine tadellosen Manieren und starken moralischen Werte bekannt. Elvis war die Verkörperung gesunder amerikanischer Werte. Er war höflich zu jedem, den er traf, und schätzte Anstand. Er liebte Streiche, achtete aber darauf, Frauen nicht zu missachten. Zu seinen rein amerikanischen Hobbys gehörten Autos und Fußball und er war entschieden gegen illegale Drogen. Elvis' Talent als Musikkünstler war vielfältig. Seine Stimme war außergewöhnlich in ihrer Qualität, Reichweite und Kraft. Er verfügte über die einzigartige Fähigkeit, ein breites Spektrum an Gesangsstilen zu beherrschen, vom klaren Tenor seiner Country- und Westernhelden bis zum Vibrato von Gospelsängern. Sein Stimmumfang umfasste zwei Oktaven und eine Terz. Vom tiefen Bariton G bis zum hohen H des Tenors, mit einer Erweiterung nach oben im Falsett bis mindestens zu Des. Als Künstler verfügte Elvis über instinktive, natürliche Fähigkeiten, die ihn auszeichneten. Er verstand seine Rolle als Entertainer und wusste, wie man ein Publikum bewegt. Seine Phrasierung und sein Ausdruck zeigten ein natürliches Talent, das über technisches Können hinausging. Elvis' Stimme hatte die Kraft, bei seinen Zuhörern starke Emotionen hervorzurufen, die Menschen oft zu Tränen rührte und sie dazu brachte, über ihre inneren spirituellen Überzeugungen nachzudenken. Elvis' Aufstieg zum Ruhm war kometenhaft und er wurde schnell zu einer der bekanntesten Figuren des 20. Jahrhunderts. Dieser Erfolg war jedoch mit Herausforderungen verbunden. Elvis musste dem Druck der ständigen öffentlichen Kontrolle und den Erwartungen, die mit seinem Status als König einhergingen, standhalten. Trotz seines Ruhms blieb Elvis großzügig mit seiner Zeit, insbesondere wenn es um seine Fans ging. In seinen frühen Tagen verbrachte er Stunden vor seinem Haus und gab Autogramme für Bewunderer, die auftauchten und seine Aufmerksamkeit wollten. Dieses Engagement für seine Fans war ein Beweis für seinen Charakter und seine Wertschätzung für diejenigen, die ihn unterstützten. Die Anforderungen des Ruhms forderten jedoch ihren Tribut von Elvis' Privatleben. Aufgrund seines vollen Terminkalenders und der ständigen Reisen hatte er wenig Zeit für das Familienleben. Diese Belastung führte schließlich zum Scheitern seiner Ehe mit Priscilla, da sie Schwierigkeiten hatte, mit Elvis' hektischem Lebensstil und der Aufmerksamkeit, die er von anderen Frauen erhielt, klarzukommen. Im Verlauf seiner Karriere stand Elvis vor der Herausforderung, sein öffentliches Image aufrechtzuerhalten und gleichzeitig mit persönlichen Problemen umzugehen. Unter Druck konnte er wütend werden, was oft der Fall war, aber er hatte immer ein schlechtes Gewissen, wenn er um sich schlug. Dieser interne Konflikt zwischen seiner öffentlichen Persönlichkeit und privaten Kämpfen wurde in seinen späteren Jahren immer deutlicher. Trotz dieser Herausforderungen blieb Elvis eine angesehene Persönlichkeit in der Unterhaltungsbranche. Seine Shows in Las Vegas wurden von Stars wie Cary Grant, Muhammad Ali, Sammy Davis Jr., Tom Jones und Barbara Streisand besucht, die allesamt sein Talent und sein Charisma bewunderten. Elvis Presleys Vermächtnis als Künstler und Mensch fasziniert die Menschen auch Jahrzehnte nach seinem Tod noch immer. Seine Fähigkeit, seine überragende Bühnenpräsenz mit seiner bodenständigen Persönlichkeit zu Hause in Einklang zu bringen, ist ein Beweis für seine Komplexität als Individuum und seine anhaltende Anziehungskraft als Ikone der amerikanischen Kultur. Stellen Sie sich vor, Sie wüssten Geheimnisse über das Liebesleben des berühmtesten Rockstars der Welt, die alles verändern könnten, was Sie zu wissen glaubten. Elvis Presleys Verlobte hat diese Geheimnisse jahrelang geheim gehalten, aber jetzt ist sie bereit, alles zu verraten. Aber wie hat alles angefangen? Die letzten Minuten enthalten die schockierendsten Wahrheiten, also bleiben Sie bis zum Ende bei uns. Liebe und Hingabe, das Engagement. Am 26. Januar 1977 überraschte Elvis Presley seine Freundin Ginger Alden mit einem Heiratsantrag, der einen bedeutenden Meilenstein in ihrer turbulenten Romanze darstellen sollte. Das Paar war erst seit ein paar Monaten zusammen, aber ihre Beziehung war intensiv und leidenschaftlich. Ginger, die damals erst 21 Jahre alt war, hatte angesichts der tiefen Verbindung zwischen ihnen das Gefühl, Elvis schon viel länger zu kennen. Der Tag des Antrags war in Graceland voller Aufregung und Vorfreude. Ginger spürte, dass etwas Besonderes passieren würde, da in der Villa ungewöhnlich viel Aktivität herrschte. Elvis rief Ginger in sein Badezimmer, wo er begann, ihr seine Liebe auszudrücken. Dann führte er sie in den Hinterhof, wo er die Worte aussprach, die ihr Leben verändern würden. Ich hätte nie gedacht, dass ich es in meinem eigenen Hinterhof finden würde. Ich frage dich, willst du mich heiraten? Als Ginger voller Emotionen dastand, überreichte Elvis ihr eine grüne Samtschachtel mit einem atemberaubenden Diamantring. Der Ring selbst war ein Beweis für Elvis' große Gesten und enthielt einen zentralen Diamanten aus seinem 30.000 US-Dollar teuren TCB-Bühnenring, der sich um das Geschäft kümmert. Mit zitternden Händen nahm Ginger den Vorschlag an und Elvis steckte ihr den Ring an den Finger. Nach ihrer Verlobung begannen Elvis und Ginger, Pläne für ihre gemeinsame Zukunft zu schmieden. Das Paar legte seinen Hochzeitstermin auf den 25. Dezember 1977, den Weihnachtstag, fest. Elvis war wirklich begeistert von diesem neuen Kapitel in seinem Leben und teilte sein Glück mit denen, die ihm am nächsten standen. Elvis' Vater, Vernon Presley, erzählte später, wie sein Sohn ihm seine Pläne anvertraut hatte, Ginger einen Heiratsantrag zu machen. Elvis äußerte seinen Wunsch, mit ihr eine Familie zu gründen und erwähnte insbesondere seinen Wunsch, einen Sohn zu haben. Diese Enthüllung zeigte Elvis' Entschlossenheit, ein Leben mit Ginger aufzubauen und seinen Wunsch, seine Familie zu vergrößern. Auch für seine Karriere hatte der King of Rock'n'Roll ehrgeizige Pläne. In den Monaten vor seinem frühen Tod sprach Elvis begeistert davon, wieder in Form zu kommen und seine nächste Tournee anzutreten. Er erzählte Ginger, dass er schon zu lange nicht mehr auf der Bühne war und bereit sei, wieder aufzutreten, was er von ganzem Herzen liebte. Ginger Alden spielte während ihrer gemeinsamen Zeit eine bedeutende Rolle in Elvis' Leben. Sie wurde seine Hauptfreundin und trotz der Zweifel einiger Mitglieder der Memphis Mafia, Elvis' engstem Kreis, bezeugte Vernon Presley, dass sein Sohn aufrichtig mit Ginger glücklich sei. Elvis teilte Ginger oft vertrauliche Details über seine Vergangenheit mit, darunter auch Geschichten über seine geliebte Mutter. Das Paar unternahm häufig Motorradtouren durch Memphis und in Richtung Tupelo, da Elvis Ginger seinen Geburtsort und andere bedeutende Orte aus seiner Vergangenheit zeigen wollte. Ihre Beziehung war jedoch nicht ohne Herausforderung. Elvis hatte Ginger schon früh gewarnt, dass es Leute geben würde, die auf ihre Beziehung neidisch wären und fragte, ob sie damit klarkommen würde. Trotz dieser potenziellen Hindernisse blieb Ginger Elvis treu, wahrte jedoch ihre Unabhängigkeit, indem sie sein Angebot nach Graceland zu ziehen, ablehnte. Als ihre Verlobung voranschritt, zeigte Elvis seine Großzügigkeit gegenüber Gingers Familie. Er bot Gingers Mutter an, ein neues Zuhause zu kaufen und behandelte es so, als wäre es eine alltägliche Geste für ihn. Dieser Akt der Freundlichkeit verdeutlichte noch mehr, wie tief Elvis sich Ginger gegenüber engagierte und wie sehr er sie vollständig in sein Leben integrieren wollte. Die späteren Jahre von Elvis Presley waren von einem erheblichen Kampf gegen Substanzmissbrauch geprägt. Der King of Rock'n'Roll war stark auf einen Medikamentencocktail angewiesen, der sich letztendlich negativ auf seine Gesundheit auswirkte. Die Abhängigkeit des Sängers von verschreibungspflichtigen Medikamenten begann im Jahr 1967, als er begann, sich von seinem Leibarzt Dr. George Nikopoulos, auch bekannt als Dr. Nick, wegen Sattelschmerzen behandeln zu lassen. Im Laufe der Zeit entwickelte Elvis eine Abhängigkeit von Opiaten, die nicht nur die Schmerzen linderten, sondern auch schwere Verstopfung verursachten. Um dieser Nebenwirkung entgegenzuwirken, missbrauchte er auch Abführmittel. Elvis' Drogenkonsum eskalierte in alarmierendem Ausmaß, wobei Dr. Nick zugab, tausende Dosen verschiedener Suchtpillen verschrieben zu haben. Der Arzt behauptete, er habe oft Zuckertabletten oder Placebos eingesetzt, um Elvis' Sucht zu kontrollieren, aber die Wirksamkeit dieses Ansatzes ist fraglich. Die Kombination aus verschreibungspflichtigen Medikamenten und dem Druck des Ruhms hatte erhebliche Auswirkungen auf Elvis' Verhalten und seinen Geisteszustand. Seine Stimmungsschwankungen wurden immer deutlicher und seine Handlungen grenzten manchmal ans Skurrile. Bei einem Vorfall schoss Elvis mit einem Maschinengewehr auf eine Toilette, als diese Lärm machte, was die gefährliche Kombination seiner Liebe zu Waffen und seines unberechenbaren Verhaltens demonstrierte. Diese Stimmungsschwankungen wurden wahrscheinlich durch den intensiven Zyklus von Stimulantien und Beruhigungsmitteln verstärkt, den Elvis einsetzte, um seinen Schlafrhythmus zu kontrollieren und seine Energie für Auftritte aufrechtzuerhalten. Der Auf- und Abzyklus des Substanzmissbrauchs könnte scheinbar manische und depressive Episoden hervorgerufen haben. In ihren Memoiren Elvis and Ginger erzählt Alden von verschiedenen Erlebnissen aus ihrer Zeit mit Elvis, darunter einen Vorfall, bei dem er während eines Streits angeblich eine Waffe auf sie richtete. Laut Ginger ereignete sich das Ereignis in Graceland, als eine Meinungsverschiedenheit zwischen ihnen unerwartet eskalierte. Ginger beschrieb, dass Elvis über eine triviale Angelegenheit verärgert war und als der Streit eskalierte, er eine Waffe hervorholte und sie auf sie richtete. Sie erinnerte sich, dass sie angesichts der plötzlichen Wendung der Ereignisse eine Mischung aus Schock, Angst und Unglauben empfunden hatte. Trotz der besorgniserregenden Natur der Situation bemerkte Ginger, dass Elvis die Waffe nicht abfeuerte und beruhigte sich schließlich und drückte Reue für seine Taten aus. Dieser von Ginger beschriebene Vorfall verdeutlichte das unvorhersehbare und manchmal unberechenbare Verhalten, das Elvis in dieser Zeit seines Lebens an den Tag legte. Sie betonte, dass solche Vorkommnisse zwar selten seien, sie aber die Schwere der persönlichen Kämpfe und des Drucks unterstreichen, mit denen Elvis hinter den Kulissen zu kämpfen habe. Der mutmaßliche Waffenvorfall belastete zweifellos die Beziehung zwischen Elvis und Ginger. Während Ginger Elvis weiterhin zur Seite stand und auf Verbesserungen seiner Gesundheit und seines Wohlbefindens hoffte, brachten solche Episoden Elemente der Angst und Unsicherheit in ihre Dynamik ein. Ginger hat zum Ausdruck angebracht, dass ihr Elvis trotz dieser Herausforderungen sehr am Herzen lag und sie versuchte, ihn in seinen Schwierigkeiten zu unterstützen. Neben Ginger gab es in Elvis' Leben auch Menschen, die versuchten, ihn zu unterstützen und einzugreifen. Seine Ex-Frau Priscilla Presley war weiterhin besorgt über seinen sich verschlechternden Gesundheitszustand und seinen Drogenkonsum und versuchte, ihn in Therapie- und Reha-Programme einzubinden. Mitglieder der Memphis Mafia, Elvis enger Freundes- und Mitarbeiterkreis, unternahmen ebenfalls Anstrengungen, seinen Zugang zu Drogen und übermäßigen Medikamenten einzuschränken. Einige enge Mitarbeiter von Elvis und Mitglieder der Memphis Mafia versuchten, ihn vor den Gefahren des Drogenmissbrauchs zu warnen. Doch als sie versuchten zu helfen, war Elvis bereits tiefsüchtig. Der Sänger unternahm mindestens zwei Trockenversuche in einem Krankenhaus in Memphis. Doch diese Bemühungen blieben letztlich erfolglos. Die Tatsache, dass das volle Ausmaß der Risiken dieser Medikamente nicht öffentlich verstanden wurde, als Elvis mit der Einnahme dieser Medikamente begann, trug zur Tragödie seiner Situation bei. Darüber hinaus war es für Elvis schwieriger, die Hilfe zu bekommen, die er brauchte, da es nicht mehr so viele beliebte Behandlungseinrichtungen und Unterstützungsnetzwerke gibt wie früher. August 1977 Die letzten Tage Elvis Presley und seine Verlobte Ginger Alden saßen in den frühen Morgenstunden des 16. August 1977 in Lisa Marys Schlafzimmer in Graceland. Während sie über ihre gemeinsame Zukunft sprachen, herrschte viel Optimismus und Aufregung in der Luft. Elvis war voller Vorfreude und erzählte Ginger von seinen Hochzeitsabsichten und vereinbarte sogar einen Termin. Er sprach darüber, wie sehr er sich mehr Kinder wünschte und wie aufgeregt er war, wieder auf der Bühne zu stehen. Entgegen der allgemeinen Wahrnehmung einer alternden Ikone zeigte dieser Austausch einen Mann mit Zielen und Absichten. Leider endete der Tag, der so vielversprechend begann, mit gebrochenem Herzen. Ginger Alden entdeckte Elvis gegen 14.30 Uhr bewusstlos auf dem Toilettenboden. Memphis-Zeit. Über die Einzelheiten der Entdeckung herrschte Uneinigkeit. Einigen Berichten zufolge schloss Ginger einen Vertrag mit ihrer Mutter und einer Lokalzeitung ab. Um ihre Geschichte zu verkaufen, sobald sie Elvis gefunden hatte, suchte jedoch erst später Hilfe. Diese Behauptungen sind jedoch immer noch umstritten und unbewiesen. Sobald Elvis gefunden wurde, wurden Krankenwagen zum Einsatzort geschickt. Sie versuchten ihn wiederzubeleben, aber ohne Erfolg. Nachdem er eilig ins Baptist Memorial Hospital gebracht wurde, konnte Elvis' Lebenserhaltung nicht wiederbelebt werden. Dr. George Nikopoulos, der Arzt von Elvis Presley, erklärte ihn um 15.30 Uhr offiziell für tot. Als offizielle Todesursache wurde ein abnormaler Herzschlag bzw. eine Herzrhythmusstörung erklärt. Aber im Laufe der Zeit gab es Diskussionen und Vermutungen über diese Diagnose. Ein weiterer Grund für Kontroversen im Zusammenhang mit dem Tod von Elvis Presley war die Entscheidung der Familie Presley, die Ergebnisse der Autopsie 50 Jahre lang zurückzuhalten. Die Musikindustrie und darüber hinaus wurden von der Nachricht vom Tod von Elvis Presley erschüttert. Etwa 25.000 Menschen, darunter Fans und Familienmitglieder, kamen nach Graceland, um der Rock'n'Roll-Ikone ihre letzte Ehre zu erweisen. Auf den Straßen, die zum Friedhof führten, gab es viele schluchzende, hysterische und sogar ohnmächtige Trauernde. Nach Elvis Presleys Tod wurden in den Monaten vor seinem Tod Bedenken hinsichtlich seines Gesundheitszustands geäußert. Berichten zufolge hatte er mit einer Reihe gesundheitlicher Probleme zu kämpfen, darunter anhaltende Verstopfung und die Abhängigkeit von verschreibungspflichtigen Medikamenten. Eine Leberprobe, die zwei Jahre vor Elvis' Tod untersucht wurde, ergab laut Dr. Willis Madre, Experte für Lebererkrankungen, keine nennenswerten Anomalien. Es ist Zeit, die Informationen zu klären. Obwohl Millionen von Menschen von Elvis Presley begeistert waren, gelang es seiner Verlobten, die persönlichsten Aspekte seines Lebens zu retten, die sie nun zum ersten Mal teilt. Die Realität rund um den König ist wesentlich nuancierter, erschreckender und tragischer, als irgendjemand jemals hätte erwarten können. Sie werden tiefer in das Mysterium hineingezogen, wenn sich die Schichten lösen, die Luft reinigt und Mythen entlarvt werden. In den Jahren nach seinem Tod sind viele Unwahrheiten und Spekulationen über Elvis Presleys Verbindung zu Ginger Alden aufgetaucht. Ginger, der mit Elvis verlobt war, als er starb, geriet in die Kritik und wurde über die Art ihrer Verbindung befragt. Sie ist verärgert darüber, wie unfair sie und Elvis dargestellt wurden und sagt, dass einige versucht hätten, ihre Verlobung zu untergraben, indem sie Elvis völlig verrückt erscheinen ließen. Ginger betont, dass ihre Verlobung trotz gegenteiliger Gerüchte aufrichtig war. Sie gibt bekannt, dass Elvis mit ihr über ihre bevorstehende Hochzeit gesprochen hat, einschließlich der Festlegung eines Datums. Dennoch haben einige enge Vertraute von Elvis, beispielsweise Mitglieder der Memphis-Mafia, die Aufrichtigkeit ihres Engagements infrage gestellt. Gerüchten zufolge war Ginger in ihrer Fürsorge für Elvis nachlässig oder sie trug irgendwie die Schuld an seinem Tod. Diese waren besonders schmerzhaft und unbegründet, da sie diejenige war, die Elvis bewusstlos in seiner Toilette in Graceland entdeckte. Einige vermuteten, dass Elvis seinen Tod inszeniert hatte, um den Ansprüchen der Berühmtheit zu entgehen oder dass sein Tod tatsächlich das Ergebnis einer üblen Tat war. Ginger Alden, die aus erster Hand über die Ereignisse vor und nach Elvis' Tod berichtete, hat diese Geschichten beharrlich dementiert. Sie machte deutlich, dass sie nichts mit dem Tod von Elvis zu tun hatte und dass die Gerüchte, die das Gegenteil andeuteten, verletzend und unbegründet seien. Es gab auch hartnäckig das Gerücht, dass Ginger im Begriff sei, sich von Elvis zu trennen, was die Möglichkeit nahe legte, dass sein Tod etwas mit dem emotionalen Schmerz zu tun hatte, der aus ihrer Beziehung resultierte. Ginger hingegen hat diese Anschuldigung vehement zurückgewiesen und erklärt, dass sie, obwohl ihre Beziehung einige Schwierigkeiten hatte, vor allem aufgrund von Elvis' Lebensstil und Gesundheit, nicht die Absicht hatte, ihn zu verlassen und optimistisch in die gemeinsame Zukunft blickte. Der vernichtendste Vorwurf lautete, dass Ginger ausschließlich von Habgier getrieben sei und sich nur wegen seines Reichtums und seiner Berühmtheit zu Elvis hingezogen fühle. Diese Geschichte reduzierte die Beziehung zwischen Ginger und Elvis auf ein Geschäft und ignorierte die wahre Liebe und Bindung, die sie hatten. Ginger hat jedoch immer gesagt, dass sie Elvis für das liebte, was er war und nicht für das, wofür er stand oder was er ihr finanziell bieten konnte. Ginger präsentiert ein kontrastierendes Bild zu der weit verbreiteten Vorstellung, dass sich Elvis in seinen letzten Monaten in einem schlechten Zustand befand. Sie erinnert sich an ein Gespräch mit Elvis über ihre gemeinsame Zukunft und seinen Wunsch, weiterhin aufzutreten und mehr Kinder zu bekommen. Diese Darstellung steht in krassem Gegensatz zu der Vorstellung, dass ein Mann sein Schicksal akzeptiert. Ginger hatte eine komplizierte Verbindung zur Memphis Mafia, der inneren Gruppe von Elvis Presley. Sie gibt zu, dass mehrere Mitglieder dieser Gruppe eifersüchtig waren, weil Elvis so viel Zeit mit ihr und ihrer Familie verbrachte. Ginger sagt, dass sie nicht viel Zeit hatte, die Gruppe kennenzulernen, weil sie sich darauf konzentrierte, Elvis kennenzulernen. Sie beklagt die Taten einiger Freunde von Elvis Presley, die ihrer Meinung nach sein Gedächtnis ausnutzten, um Geld zu verdienen. Ginger behauptet, dass die von ehemaligen Leibwächtern und Mitarbeitern verfassten Romane falsch und übertrieben seien. Sie glaubt, dass die Motivation hinter diesen Konten entweder der Wunsch war, mit ihrer Verbindung zu Elvis Geld zu verdienen, oder verletzte Gefühle wegen der Entlassung. Ginger Alden war von den Vermutungen und Spekulationen, die im Anschluss an Elvis Presleys Tod aufkamen, sehr betroffen. Sie hatte nicht nur mit dem Tod des Mannes zu kämpfen, den sie liebte, sondern auch mit der Medienaufmerksamkeit und den unbegründeten Anschuldigungen, die gegen sie erhoben wurden. Es fiel ihr schwer, mit der Last ihres persönlichen Verlusts und der Bürde der öffentlichen Meinung in dieser Zeit umzugehen, was zu ihrer Isolation beitrug, da sich die Medien eher auf spektakuläre Geschichten als auf die Wahrheit konzentrierten. Gingers Geschichte unterstreicht den Tribut, den Gerüchte für das Leben haben und den Schaden, den sie den Menschen zufügen können, die zurückbleiben. Die Öffentlichkeit und die Medien erkennen in ihrer Eile, die Tragödien zu verstehen, manchmal nicht das wirkliche Leid und die Qual der Menschen, die von Tragödien betroffen sind. Gingers Geschichte ist eine ergreifende Erinnerung an die Notwendigkeit von Empathie und Verständnis, insbesondere im Umgang mit Verlusten. Ginger Alden hat trotz der Hindernisse, auf die sie gestoßen ist, beharrlich daran gearbeitet, das Vermächtnis von Elvis Presley aufrechtzuerhalten und dafür gesorgt, dass jeder ihn immer als den außergewöhnlichen Mann und Musiker in Erinnerung behalten wird, der er war. Sie hat wichtige Einblicke in den letzten Teil von Elvis Presleys Leben gegeben, indem sie ihre Geschichte erzählte und den Gerüchten direkt entgegentrat. Dies hat zu einer wahrheitsgetreueren und höflicheren Darstellung der Umstände seines Todes geführt. Auf diese Weise hat Ginger dazu beigetragen, seit vielen Jahren bestehende Missverständnisse und Unwahrheiten aufzuklären und sowohl Historikern als auch Fans ein besseres Wissen über die letzten Tage von Elvis Presley zu vermitteln. Ihre Geschichte unterstreicht, wie wichtig es ist, die Wahrheit zu finden, selbst inmitten intensiver Mutmaßungen und sich der Verstorbenen mit Respekt und Anstand zu gedenken. Und da haben sie sie. Die unerklärliche, herzzerreißende Wahrheit über Elvis Presley, wie sie von seiner verlobten Ginger Alden enthüllt wurde. Es ist eine eindringliche Erinnerung daran, dass selbst Legenden hinter verschlossenen Türen vor Herausforderungen stehen. Was halten sie von Gingers Enthüllungen? Hat sie irgendetwas an Elvis Leben oder seinen letzten Tagen überrascht? Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit. Wie immer. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Video.